Wir sind denen, die wir hassen, nie sehr fern. Aus genau diesem Grund werden wir denen, die wir lieben, nie wirklich nah sein. September 1914. Keine Vögel. Und kein Wetterbeobachter zur Begrüßung. Leuchtturmwärter, hier ist die Ablösung für den Wetterbeobachter. Töfus. Er ist tot? Ich kann nicht sagen, ob es aus der Sehnsucht nach der Zivilisation erwächst, aus der Kopflosigkeit eines Gefangenen oder aus Angst. Gruner! Sie hätten auf dem Schiff bleiben sollen. Der vorige Wetterbeobachter, das war kein Typhus. Sie haben ihn so im Stich gelassen wie mich. Oh, alt, Bischi! Hier bin ich Herr meines Schicksals. Ich weiß nur, dass die Kröten Menschen scheuen. Dämonen aus Atlantis. Du musst nur eins verstehen. Wir sind hier die Eindringlinge. Was uns zu Feinden macht. Töten und unterwerfen. Sie ist die Art von uns, Mensch. Du willst sie also unterwerfen? Oh nein. Ich will sie ausrotten, weiter nichts.